Hallo Freunde, da bin ich wieder. Ja, für mich ist das ein bisschen länger her, da ich aufgenommen habe, da ich glatt 90 Folgen am Stück aufgenommen habe. Ich habe immer noch 50, trotzdem wollte ich mal weitermachen. Und ja, ich weiß, ich war hier beim Angriff auf die Planeten von dem Crocs-System, wie auch immer, und da will ich die ja gerade ein wenig, ja, vernichten. Oh, gerade zwei Stück, das ist die Frage, überlebe ich das? Oh, nein, 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 das überlebe ich nicht, nein, nein, nein. Okay, das war vielleicht ein wenig viel. Ähm, hm, äh, ja, da kriege ich gerade mein neues Schiff wieder. Jetzt war die Frage, mit welcher Taktik kam ich jetzt? Ähm, also mit welcher Taktik kam ich jetzt irgendwie da ran? An einen Stern bei denen? Am besten wahrscheinlich... ...indem ich... ...ganz schnell reinfliege. ...und dann... ...oh, da ist was. Okay. Ja, die Crocs. Hm, hm, hm. Ach, immer noch der Datenfehler... ...nennen wir es mal so. Mit dem Kreis. Wie auch immer ich das hingekriegt habe. Aber okay. Ah, schon kaputt. So schnell geht's. Ähm. Jetzt ist natürlich die Frage, greifen die mich immer noch an? Na? Ach, da war ja was. Ich muss ja den hier nehmen. Ups. Hm, 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 hm. Hallo? Irgendwas muss doch da mal treffen. War noch nicht... Nein, der hier nicht. Das war doch die Portion. Ah, ja. Da, jetzt trifft sie doch endlich mal. Sehr schön. Hm, hm, hm. Okay. Beben wir das Ganze mal hoch. Ähm. Ja. Das Problem ist, bei diesem Angriff kann ich leider nicht helfen. Weil ich bin anderweitig beschäftigt. Ähm. Aramatz. Die Frage ist... Dieser Planet Aramatz. Ah, da leben auch noch welche drauf. Ähm. Gehört der mir? Werde ich ja gleich sehen. Ähm. Okay. Machen wir es ganz simpel. Und? Oh, verliere ich auf fünf Planeten. Also war der doch von mir. Was hat mir eigentlich der Sammelruf? Sammelraumschiff deiner Verbündeten und der Höhlkursseite. Ja. Ja. Das bringt mir ja nicht viel. Ah, die Stadt habe ich noch nicht zerstört. Da kann ich gerade noch mal hin. Um sie zu zerstören. Ah, Moment. Da. Man kann es ja probieren. Aha. Sehr schön. Das ist natürlich die Frage. Hauen die anderen ab? Oder? Bleiben sie noch? Aber es sieht so aus... Was würden sie abhauen? Ja, sie fliegen recht langsam, deswegen hauen sie wohl ab. Ansonsten muss ich sie eben noch mal angreifen. Na? Was haben wir denn hier? Ah, ein neues Relikt. Aha. Ja. Das ist die Uhrzeiturne. Das Ursprung von... Zusammen von zehn seltenen Relikt-Teilen. Gut. Dann wollen wir noch mal gucken. Eigentlich müsste ja... Äh... Aramas. Na, haben wir es doch. Ähm. Ja, jetzt wäre es gut, wenn ich mal einen von den Planeten übernehmen würde. Ah, schnell rein da. Oh Gott, da sind drei richtige... Oh mein Gott, das wird schwer. Vor allem dabei nicht drauf zu gehen. Das wird eine Kunst werden. So. Was haben wir denn hier? Ah, die Strahlen waren immer ganz gut gegen... äh... Städte. Zumindest insofern, dass sie die Städte nicht zerstört haben. Wollen wir doch mal gucken. Ob wir da nicht irgendwie... ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten können. Aha. Ähm. Ein wenig ging also. Jetzt eben die Frage, ich muss wahrscheinlich die Menschen angreifen. Was ein wenig schwieriger werden dürfte. Da kommt vielleicht die Stadt. Oh. Hm. Okay. Eigentlich wollte ich sie ja übernehmen. Da kommen sie. Und ich bin fast im Eimer. Hm. Hm, hm, hm. Na. Komm schon. Und Feuer. Komm schon. Ich muss die doch irgendwann mal treffen hier. Na. Meine Feuerspur sind ja... Oh, oh. Jetzt wird's langsam eng. Na komm, irgendeinen muss ich doch jetzt langsam mal kaputt kriegen. Okay, die hauen ab, um sich zu reparieren. Das ist natürlich jetzt blöd. Die Frage ist, wenn ich kurz rausgehe... Zerstören sie mich direkt. Hm, hm, hm. Jetzt ist die Frage, wo komme ich wieder raus? Na ja. Irgendwo... Am enden dann Ende. Eventuell. Je nachdem. Alles gut. Ähm. Das ist doch mein Heimatplanet. Irre ich mich, oder ist das mein Heimatplanet? Okay. Okay. Hm. 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 So. Habe ich im Lager noch Platz? Hm. Theoretisch schon. Aber das ist ja noch nicht mal mein Ursprung. Oder? Nee. Nee. Gar nicht. Das ist hier. Hm. Jetzt habe ich noch mal Gewürze ein. Und, ähm... Und, ähm... Was ist denn hier los? Ach, genau. Das ist ja meine eigene... Äh... B-b-b-b-b-b-b. Kolonie hier. Oh, 225.000, das kriege ich sonst nirgendswo. Deshalb wird das jetzt einfach mal verkauft. Ach nee, Moment. So, genau. Da war was. Nochmal zu einem meiner Planeten. Ach, noch ein gelber Stund. Ich hatte ja so viele von denen. Zwei Sonnen war das, ja. Okay, jetzt muss ich nur noch wen finden, der unbedingt... grün... ...ne, gelb haben will. Oh, da gibt's ein... ...ein Objekt auf dem Planeten. Jetzt mal sehen. Ah, anscheinend wollen die keins von meinen Relikten haben. Und auch... Ach, ich fäll... ...ja. Ähm, dann gucken wir doch mal nach... ...was denn hier für ein Objekt... ...sein soll. ...das leuchtet schon wieder. Das ist ja natürlich dann wieder so ein... ...ähm, Sammel... ...uh, das ist Zufall 6. Hm. Wow, 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 wow. Ist das natürlich uncool. Hm. 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 Okay. Versuchen wir nochmal, das Ganze hier ein bisschen zu verkaufen, eventuell, je nachdem. Na? Rapparieren aufladen. Irgendwas zu verkaufen. Da lohnt sich nichts. Blöderweise. Ähm. Hm. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder... Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwas, was, ähm... ...wann sind hier viele Planeten drin. Ähm. Vielleicht finden wir ja doch noch jemanden, der das noch irgendwas von mir haben will. Ah, bei der Menge ist das eigentlich auch egal. Es gibt bei 8.000 schon 800.000, wenn ich 990 davon verkaufe. Also, ähm... ...spielt das keine Rolle. In dem Sinn. So. Hm. Lassen wir den kleinen Planeten doch sterben. Ah, da geht's in die Richtung Heimat. Stimmt ja, ich muss ja... ...hier entlang, um... ...was zu erreichen. Ah, Entschuldigung. Ich bin immer noch ein bisschen krank, auch mit dem... ...dass ich jeden Tag draußen bin, ist auch nicht ganz so hilfreich bei der Sache. Aber naja... ...muss man eben mit leben. Ähm. ...wollen wir doch mal gucken, dass wir hier rauskommen. Und uns direkt... ...ähm... ...am Arsch der Welt befinden. Äh. ...verdammt, in welches... ...in welches... ...in welches schwarz Loch bin ich denn da nochmal geflogen? Ah, hier anscheinend... ...was haben wir denn hier? Reiseverlauf. Hm. Ich glaub, der Reiseverlauf ist nicht ganz so... ...ach, da war... ...da war... ...mhm... ...klar, da war ein zweites... ...jetzt weiß ich's wieder. ...ja... ...ähm... ...ähm... ...ich dachte, das könnte man abkürzen. Aber anscheinend... ...gehört das dazu. Ähm... ...da war doch noch... ...ein anderes... ...da bin ich rein. Wo war denn noch? ...ja, da bin ich hin und her. Hm. Wo bin ich da nochmal lang geflogen? Bin ich denn jetzt komplett verrückt? Hä? So, Reiseverlauf nochmal aus. ...imperien nochmal aus. Das ist aber noch mein Reich. Das kann man ruhig lassen. Was haben wir hier? Besucht. Da. Das könnte es sein. Ne, das sind nur zwei Sonnen. Ähm...